Lieber Freund, siehst du denn nicht, dass alles das, was unsere Augen schauen, nur Abglanz ist von Ungesehenem? Lieber Freund, hörst du denn nicht, dass alles, was unsere Ohren hören, nur ein Wiederhall ist, ein entstellter Wiederhall von triumphierenden Harmonien? Lieber Freund, spürst du, ahnst du denn nicht, dass es nur eins auf der Erde gibt? Das ist das, was ein Herz dem Anderen in einem wortlosen Kurs sagen kann. Und das finde ich so schön, wenn man etwas Fruchtloses sagen kann. Das braucht man nicht übersetzen. Ich glaube, dass jede geistige Erfahrung dazu beiträgt, dass man sich besser behandelt und nicht unbedingt tot schlägt. Das sagt mir Svetlana Geier am Anfang unserer Bekanntschaft. Svetlana Geier ist im Krieg aus der Ukraine nach Deutschland gekommen und seither nie mehr dorthin zurückgekehrt. Bis heute geht sie ihrer Arbeit nach. Gesagt, für Pausen bin ich zu alt. Als ich sie frage, wie sie das meint, dass sie für Pausen zu alt sei, antwortet sie, dass sie dem Leben etwas schuldig ist. Dankeschön. 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 Okay. Ich glaube, das ist das Interessanteste an dem Haus, jedenfalls für Kinder, für etwas größere Kinder, weil es sowas in den modernen Häusern gar nicht mehr gibt. Es ist keineswegs, mein Schätzchen, überhaupt nicht nötig. Ja, ich passe ununterbrochen auf mich auf. Du brauchst dir nicht die geringsten Sorgen zu machen. Noch nie ist ein charmanter Räuber angestiegen. Danke dir. Danke. Das ist fabelhaft. Ich habe das zweimal hintereinander über Reiswege lesen. Was ist das denn? Das ist ein Stück vom russischen Friedhof. Dankeschön. Verhagen ist einer der großen Glücksfälle meines Lebens. Ein unglaublich lauterer, ordentlicher, vielseitig gebildeter Mensch. Sie hat ein unglaubliches Gedächtnis, musikalisch und so, ist sehr belesen. Und wenn ein Staubkörnchen durch einen Teil von Fahagen fliegt, dann macht das freiwillig um die Wohnung von Verhagen schon einen Bogen. Und das ist ein Mensch, der Deutsch kann. Das ist doch eine seltene Tugend. Sie kommt jeden Morgen um neun, bringt vier Brötchen mit, liebt nur Marmelade und sagt, wenn ich mir eine zweite Tasse Tee eingeschenkt habe, diese Tasse nehmen wir nach oben. Das bedeutet, Ende der Vorstellung, man muss arbeiten. Seitdem. 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 Nur zu heilen Füßchen. Wieso wollt ihr mir alle wie so einen Schwanz? Das sagt doch derselbe. Ja, das ist die alte. Wieso wollt ihr alle wie so einen Schwanz? Wieso wollt ihr mir alle so auf Schritt und Tritt wie ein Schwanz folgen? Fragezeichen. Ich kann mir alles mit Alexej Ivanovich anschauen. Am Abend zuvor habe ich immer ein Stück vorbereitet. Das Buch ist schon gelernt. Also die großen Konstruktionslinien, die liegen schon bloß. Ich weiß, was auf jeder Seite steht und wie das so geht. Aber am Abend vorher gucke ich mir wirklich die Bauklötzchen an. Svetlana Geyer übersetzt seit 50 Jahren russische Literatur ins Deutsche. und seit den 90er Jahren konzentriert sie sich auf das Werk Dostoyevskys. Ihre Übersetzungen geben seinen Romanen eine neue Stimme. Daneben zog sie zwei Kinder auf und unterrichtet seit 40 Jahren an Universitäten. Von ihrem Mann ließ sie sich in den 60er Jahren scheiden. Heute ist Svetlana Geyer das Oberhaupt einer großen Familie. ihre Enkel und Urenkel gehen bei ihr ein und aus. Das ist Seide. Genehmigt. Es müssen Programme für Stücke auf eine Garne liegen. Das Prinzip ist, mehrere Stücke von der Garne liegen. Das ist ein Ernst. Aber es ist ein Ernst. Das Nahtwärme auf demgang. Es muss einfach nicht werden. Ja man muss einfach nicht werden. Wer darf ich Ihnen mitgeben? Ich höre mal an, wo die Haare hingewöhnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er stellt sich immer wieder heraus und das ist ein Zeichen für einen hochwertigen Text, dass der Text sich bewegt und plötzlich, man hat es vorbereitet und man sieht alles und man weiß alles, aber plötzlich ist da etwas, was man noch nie gesehen hat. Ein solcher Text ist unerschöpflich. Man kann ihn eigentlich, auch wenn man ihn übersetzt hat, oder zweimal, ich habe das hier zweimal übersetzt, man kann ihn nicht ausschöpfen. Und das ist eben wahrscheinlich ein Zeichen der allerhöchsten Qualität. Natürlich, man muss lesen lernen. In der Nähe des ZDF für funk, 2017 Beim Waschen verlieren die Fäden ihre Orientierung. Man muss eigentlich dem Faden helfen, seine exakte Orientierung wieder zu bekommen. Das ist ein Gewebe. Der Text und das Text haben ja auch denselben Stamm. Das ist immer ein Faden innerhalb von mehreren Fäden. Und wenn man das dann so vor sich hat, dann ist es so wie frischer Schnee. In Moby Dick von Melville gibt es ein wunderbares Kapitel über die Weiße. Und da wird also zweifältig beschrieben, wie das so ist, wenn man durch frischgefallenen Schnee geht. Man hat das Gefühl, man ist der erste Mensch und man geht zum ersten Mal durch den Schnee. Und wenn man dann zum Beispiel ein frisch bezogenes Bett hat, dann hat man ja auch das Gefühl von Neuland. Und das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Das hat meine Mutter gemacht. Das ist auch wunderbar. Weiß in weiß. Das waren die ersten Drachen, die ich hatte. Männer können das nicht wissen, wie schön das ist. Da gerechnet man im Kopf das Muster, das man haben will. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, was das für eine Arbeit ist. Das ist doch unglaublich hier. Und wenn man bedenkt, dass das alles gezählt ist, verstehen Sie, wenn Sie hier die Fäden rausziehen, müssen Sie genau nicht einen Faden mehr, nicht einen Faden weniger, denn sonst geht nachher das Muster nicht auf. Also, da macht man ein Gewebe erst mal kaputt und füllt das dann aus. Das ist schon sehr menschlich, sowas. Herr Claude ist ein Musiker und liest mir meine Übersetzung vor. Herr Claude ist ungeheuer belesend und hat einen außerordentlich scharfen, fritischen Verstand. Er ist sehr zuverlässig. Das ist sehr beruhigend. Aus den Aufzeichnungen meines jungen Mannes kommt das sicher in die Mitte. Genau. In Klammen und in die Mitte. Und in die Mitte. Unmittelbar unter Roman. Kapitel 1. Können wir? Kapitel 1. Endlich bin ich nach 14-tägiger Abwesenheit zurück. Die unseren waren schon seit drei Tagen in Rouletten. Rouletten oder Rouletten. Wahrscheinlich mit zwei Zähnen. Wahrscheinlich mit zwei Zähnen. Das weiß ich nicht. Das Stück bei diesen Sitzungen, das ist irgendwo ganz weit im Hintergrund. Und jetzt geht es tatsächlich um Worte und um Pausen und Übereinstimmungen und so. Der General fühlte sich hin und wieder zu einem Widerspruch veranlasst oder sowas. Ich weiß es nicht. Wie soll das heißen? Er kühnte sich. Er kühnte sich hin und wieder zu einem Widerspruch. Aber sehr bescheiden. In Moskau aber, ich erinnere mich, hatte er es geschildert. Was hat er geschildert? In Moskau aber, in Moskau aber, ich erinnere mich, ließ er eine Seifenblase nach der anderen steigen. Lies er, das ist gut, ließ er eine Seifenblase nach der anderen steigen. Bei Tisch führte der kleine Franzose das große Wort, ja? Sofort. Muss es nicht heißen, sieben oder achttausend Franken besitzen mussten? Besaßen. Nein, das kann er nicht. Natürlich. Es kann ja auch siebeneinhalbtausend sein. Nein. Deshalb stimmt ich sieben oder achttausend. Es ist genau im Text so, wie das hier ist. Er hat das überschlagen. Wenn jemand etwas überschlägt, weiß er es nicht genau. Ja und das weiß er auch nicht genau. Ja sicher, wenn es heißt, sie besitzen, dann weiß er es genau. Also hier heißt es eindeutig. Dann doch wenigstens der Konjunktiv besäßen. Ich kapituliere, dann schreib du es, wie du es machst. Also ich mach mir da einen Punkt und guck mir gleich das Neue selber an. Ein paar Monate nach Beginn meiner Bekanntschaft berichtet mir Svetlana Geyer von einem Unfall ihres Sohnes Johannes. Er ist Werklehrer. Im Unterricht zog er sich eine schwere Kopfverletzung zu. Jetzt liegt er halbseitig gelähmt im Krankenhaus und spricht nicht mehr. Das ist mein Sohn. Svetlana Geyer hört auf zu arbeiten. Sie geht nicht mehr zur Universität, sie übersetzt nicht mehr. Jeden Tag kocht sie für ihren Sohn und bringt ihm das Essen in die Klinik. Das sind zwei Mahlzeiten. Das ist zweimal Nachtisch und das ist für heute Abend. Und dann gibt meiner Enkelin das ihm. Und dann ist da Kartoffelsuppe. Die gebe ich ihm. Und Butterbrot ist schon dort. Ja. Ja. Ich trage jetzt die Uhr meines Vaters. Die hatte er im Gefängnis gehabt. Und als er entlassen wurde, sind wir am nächsten Tag mit ihm zu Fuß ins Gefängnis gegangen. Und haben diese Uhr abgeholt und seine Brieftasche mit dem Papiergeld. Haben Sie ein Foto von Ihrem Vater? Mhm. Haben Sie? Mhm. Haben Sie? Mensch. Ja. Ach ja. An dem Tag, an dem wir diese Uhr geholt haben, da ist dieses Bild gemacht worden. Da ist er 58. Da sieht man, wie weit die Sachen alle geworden sind. Der wuchte 54 Kilo. Meine Mutter hatte mich zu einer Diätschwester gebracht. Und die hat mir erklärt, zwei Tage lang, wie ich meinen Vater pflegen soll. Ich war 15. Und dann sind wir auf unserer Dacia gefahren. Und meine Mutter kam abends und fuhr morgens um sechs wieder weg. Und dann habe ich gelernt, was man einem Menschen gibt mit einem perforierten Magen. Und jetzt mit meinem Sohn hat mich an alles erinnert. Aber eigentlich ist es meinem Vater zu verdanken. Es war unheimlich, nicht? Es war mir auch unheimlich. Generalprobe und Aufführung. Svetlana Geyer wuchs als einziges Kind ihrer Eltern in Kiew auf. Ihr Vater, Fyodor Mikhailovich Ivanov. Er veredelte Zuckerrüben und Tabakpflanzen. Für seine Leistungen belohnte ihn das Ministerium mit einem Auto. Er tauschte es gegen eine Dacia. Dort verbrachte die Familie die Sommermonate. Das war in den 30er Jahren. 1938 wurde der Vater, wie tausende andere, Opfer der politischen Säuberungsaktionen Stalins. In der Nacht vom 2. auf den 3. Januar hat es bei uns nachts geschält. Und dann kamen drei Leute, zwei in Uniform, einen in Zivil, mit einem Verhaftungsbefehl. Dann kam er in eine Tiererzelle und da waren 40 Leute drin. Und die lagen so eng, dass sie nur alle zusammen sich umdrehen konnten auf dem Boden. Er wurde gefoltert. Man hat ihm einige Zähne herausgeschlagen. Dann war sein Kreuz braun-violett und eine Trommelfel war zerschlagen. Die meisten der Gefangenen wurden umgebracht. Andere begingen in den überfüllten Zellen Selbstmord. Nach 18 Monaten wurde Fyodor Mikhailovich eines Nachts entlassen. Man setzte ihn vor dem Gefängnistor ab und er konnte kaum gehen. Das ist die Entlassungsurkunde meines Vaters. Die Entlassungen waren so selten. Es gab also eigentlich keine Rückkehr, wenn man einmal verhaftet war. Und sie hatten auch gar keine Form dafür, dass es ein winziger Schein war. Also es hätte man falsch geparkt oder so. Während ihre Mutter, Sofia Nikolajewina, als Putzfrau in der Stadt arbeitete, blieb die 15-jährige Svetlana mit ihrem todkranken Vater alleine in der Datscha zurück. Sie pflegte ihn einen Sommer lang. Mein Vater wurde am Donnerstag entlassen. Am Samstag sind wir auf unser Datscha gefallen. Und da hat mein Vater gesagt, ich werde euch alles erzählen, aber ihr dürft mich nie etwas fragen. Und das ist etwas sehr Schreckliches in meinem Schicksal. Ich sehe das Zimmer. Ich sehe mich. Ich sehe meinen Vater. Da war ein großer Raum in diesem Haus. Meine Mutter sitzt auf seinem Bett. Ich höre ihn sprechen. Und ich habe nichts behalten. Ich weiß nichts. Also ich meine, ich könnte zum Beispiel mehrere seine Hemden beschreiben. An die erinnere ich mich genau. Ich weiß, wie seine Stiefel, er trug immer Hochstiefel, Stiefel aussahen. Ich weiß, wie diese Tolstoi-Jacken aussahen, die er trug. Ich kann das Gefühl von dem Kochsand in den Fingern haben. Aber ich weiß nichts von dem, was er erzählt hat. Das ist mir inzwischen sowieso ganz klar, dass ich das irgendwo in mir trage. Und dass ich damals mit 14 oder 15 Jahren, dass ich, um zu leben, das sozusagen weggetan habe. Ich habe es verschlossen. Das ist wie beim Herzog Blaubart. Der Unfall ihres Sohnes scheint eine Tür zu einer anderen Zeit zu öffnen. Zum ersten Mal seit 1943 begibt sich Svetlana Geyer auf einer Reise zurück in die Ukraine. Eine Schule hat sie eingeladen, zu sprechen und zu lesen. Ihre Enkeltochter Anna begleitet sie. Zu meiner Zeit hat es diesen breiten Streifen nicht gegeben. Ich suche, ob nicht irgendwer ein Name ist, den ich noch kenne. Nichts gefunden. Die Nazi richtete in Babi Yar mehr als 100.000 Kiewer. Es waren vor allem Juden hin. Während der Besatzungszeit wurden allein in Kiew mehr als 200.000 Einwohner ermordet. Und wieso solltest du ausgerechnet Deutsch lernen? Weil Mametschka gesagt hat, das ist meine Aussteuer. Und sie meinte, wenn ich sprachen kann, dann bin ich versorgt. Was ist das heuer wohl sagen würde? Was denkst du da dran? Meine Damen und Herren, machen Sie bitte einen Hinweis. B365 von Berlin zu Lurin-Gaden nach Kier. Abfahrt 21.36 Uhr. Es geht nur, irgendwie habe ich das Licht nicht gefunden bis jetzt. Aber ansonsten... Das ist einfach hässlich. Das ist wahnsinnig hässlich und nichts funktioniert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik Nach seiner Entlassung lebt Svetlana's Vater noch ein halbes Jahr. Dann starb er im Winter 1939 an den Folgen der Folter. Svetlana ging wochenlang nicht zur Schule. Sie las sich stattdessen heimlich durch die Bücherregale der Nachbarn. Als Tochter eines politischen Häftlings hatte sie in der Sowjetunion keine Zukunft. Doch ihr Schulleiter bürgte für sie und sorgte für ihre Aufnahme in den kommunistischen Jugendbund. So konnte sie auf der Schule bleiben. Unser Zug nähert sich der Ukraine. Diese Grenze hat Svetlana Geyer das letzte Mal vor 65 Jahren passiert. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, das ist für Sie ein Grund, all diese Jahre nicht in die Ukraine zu gehen. Ich glaube, das ist andersrum. Ich hatte keinen Grund zu gehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist doch sehr kompliziert. Das ist sehr lange her. Ja. Ich möchte Ihnen ein Kompliment geben. Vielleicht ist es случай, aber es war ein sehr wichtiges Gespräch. Professionell Gespräch. Ich weiß es nicht. Die Sprachen sind nicht kompatibel. Ich habe das ja im 40-Jahr-Unterricht immer wieder erlebt. Sie haben alle gelernt und verstanden, dass der Russe nicht sagen kann, ich habe einen Baumkonto. Grammatisch, das kann man nicht sagen. Die Russsprache hat in Fresens kein Hilfswerk. Haben und Sein. Man drückt das dann so aus, dass das, was im deutschen Objekt ist und von mir abhängig zum Subjekt wird. Und ich werde dadurch, dass es sich bei mir auffällt, zu einem regierten Teil. Die Tasse ist bei mir. Ich verliere, wenn ich die Tasse besitze, verliere ich mein Nominativ. Ich verliere meine Autonomie. Ich verliere meine Handlungsfreiheit. Alles. Weil ich die Tasse habe. Oder was immer. Das ist doch toll. Und ich weiß, das lernen meine Studenten. Ich verliere meine Studenten. Wie ist es? Die Tasse ist bei mir. Die Tasse ist bei mir. Und ich habe keine Applaus von der Schule. Ich habe keine Applaus von den Kielsen. Und ich kann die Tasse sein. Die Tasse ist bei mir. Die Tasse ist bei mir. Worte ist anders. Bei Puschkin, der zweiten Zeile, es ist Sommerabend, heißt es, der Käfer brummte. Und das ist dermaßen platt und außerdem das Auto brummt und die Waschmaschine brummt und der Großvater brummt und was brummt, nicht alles. Oder frosisch heißt es, Zhuk, Zhuzchau. Das ist also eine vierfache Anhäufung von stimmhaften Zh. Es kann gar nicht anders sein als ein fliegender, dicker Maikäfer an einem Sommerabend. Und das geht verloren, weil die Worte das nicht hergeben. Oder Nieres. Nieres. Das helle M, das helle I, und dann das weiche L, Nieres. Das ist doch ein sehr wohltätiges Wort. Gnade ist dagegen wie eine pralle Matratze. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Das lässt sich nicht übersetzen. Ich meine, es ist so wie bei Puschkin. Man versteht das Wort, man weiß aber nicht, worum es geht. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Was geschieht da? In allen Gipfeln spürst du kaum einen Hauch. Ja, spürst du noch etwas oder spürst du nicht? Ist da ein Hauch oder ist das genau? Die Vögel schweigen im Walde. Ja, aber wie weiß man das? War man schon vorher da? Es ist ein völlig unklarer Verhältnis. Deswegen habe ich das Abitur nicht durchgegangen. Weil die Aussage infinit ist. Warte nur. Es ist ein sehr eigenes Selbstgespräch, nicht? Walde. Unglaublich. Dieses Ausatmen, das so groß ist wie die ganze Welt. Und wenn wir schreiben, wir haben eine Buchstabe. Und wir denken, dass die Sprache beginnt nach oben, nach oben, nach oben und nach oben, nach oben. Und dann war ich eine sehr gute Lehrerin. Und wenn ich die Sprache verwendet habe, sie sagte mir auf Deutsch, «Nosguchpamebazatsch», «zadirai nosguchpamebazatsch», sie brauchte, dass die kleine Mädchen nicht von links nach rechts verwendet, sondern dass sie die Sprache verwendet und die Sprache verwendet hat. Und das ist alles. Und ich kann nichts mehr sagen, ich kann heute Morgen umgekehrt zurück. Das ist das wichtigste. Verwendet ist nicht die Gucke, von links nach rechts, sondern der Verwendet ist immer aus dem Grund. Und das ist das wichtigste. Und das ist das wichtigste. Verinnerlicht. Und das ist das wichtigste. 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 ein paar Jahre später, die erste Statschrift von Svetlana M. Kair, der Journalist, so hat sie gesagt, »Zadirai NOS!« Und er hat mir alles verloren, weil sie so lange denken, dass ich ein Zaznay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Man muss das Ganze sehen und man muss das Ganze lieben. Man kann die einzelnen Figuren gar nicht erfassen. Das habe ich natürlich damals nicht gesehen. Was? Dass es um den Sonnen geht. Um das Ganze. Am 22. Juni 1941 bestand Svetlana das Abitur mit Auszeichnung. Am selben Tag überfiel die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. Deutsche Verbände rückten auf Kiew vor. Bevor die Deutschen kamen und bevor der Ring um Kiew geschlossen war, man ausreisen konnte, hatte meine Mutter mir gesagt, ganz klar, du bist jung, dein Leben ist vor dir, du kannst gehen, ich gehe mit den Wörtern deines Vaters nicht. Punkt. Mutter und Tochter blieben. Drei Monate später wurde Kiew von deutschen Soldaten besetzt. Die meisten Leute hießen sie als Befreier von Stalins Diktatur willkommen. Aber das muss das Haus sein. Unten wohnten wir und die Fensterbretter in einem Haus waren so breit, dass ich in meinem Zimmer auf dem Fensterbrett eine Puppenstube mir eingerichtet habe. Man konnte da drauf mit einem Stuhl und einem kleinen Tisch richtig sitzen. Ja, na ja. Ja, na ja, na ja, na ja, na ja, na ja. Das gefällt mir. Es muss es sein. Und sieht es so aus? Es ist glatt, Papa. Ja. Es war ein grau, kühler September. Sie kam vor dem Tag, an dem die Juden sich sammeln sollten. Und meine Freundin kam und wir wollten uns genau und furchtbar klug verabreden, dass wir uns allalong nicht aus den Augen verlieren. Es war eine jüdische Familie. Und ich brachte sie aus dem Haus raus und ich bin so mit ihr runtergegangen zum Bürgersteig. Und dann kam von links ganz langsam ein deutsches Auto an. Und da gab es ja gar nicht und der hatte sich offensichtlich verfahren. Und da drin saß Graf Gersenburg. Das war der Rüstungskommandeur von dem Abschnitt Süd. Und er suchte irgendwie eine Bleibe. Und dann ist meine Freundin gegangen. Und ich bin ins Haus gegangen. Als sie sich bei mir verabschiedete, haben wir nicht im Leisesten damit gerechnet, was kommt. Zehn Tage nach dem Einmarsch der Wehrmacht wurde der jüdischen Bevölkerung von Kiew befohlen, sich für ihre Evakuierung zu sammeln. Svetlanas Freundin Neta und ihre Mutter zogen in einer endlosen Kolonne zu einem Güterbahnhof am Rand der Stadt. Man wusste, dass Hitler also den Juden nicht grün ist. Aber das hat man als antideutsche Propaganda aufgefasst. Man hat das Ganze gar nicht ernst genommen. Ihr Weg führte durch die Schlucht Babi Yar. Dort warteten ein Sonderkommando der SS und Einsatzgruppen des Sicherheitsdienstes. Zwei Tage lang hörte man die Maschinengewehre bis in die Stadt. Für über 30.000 Menschen wurde die Schlucht zu einem Massengrab. Das hört nie auf. Das hört nie auf. Und es ist nie eine Vergangenheit geworden. Das tut mir so weh jetzt beim Sprechen wie vor 60 Jahren. Das vergisst sich nicht. Und am nächsten Tag klopfte jemand am Fenster, der Kassenbrock, und dann war da sein Adjutant. Und da fragte mich, ob nicht jemand wohnte, der Deutsch kann. Und dann hat er gefragt, ob ich rüber käme. Da waren da irgendwelche Uniformierten und ein paar russische Architekte und ich weiß nicht was. Und dann habe ich übersetzt. Und dann hat einer gefragt, ob ich nicht jemand wüsste, der also bereit wäre, den Haushalt zu führen. Und ich habe gesagt, nein, ich wüsste niemand. Und dann kam ich nach Hause und ich habe das erzählt. Und dann hat meine Mutter gesagt, es ist kein Strom, es ist kein Wasser, es ist kein Brot. Wie wollen wir leben? Und dann ist meine Mutter rübergegangen und hat gesagt, sie würde gerne den Haushalt führen. Während ihre Mutter den Haushalt von Graf Kassenbrock führte, dolmetschte Svetlana in seinem Büro. Der gebildete Deutsche machte Eindruck auf sie. Er vermittelte sie ans Geologische Institut in Kiew, wo sie für deutsche und ukrainische Wissenschaftler übersetzte. Ich habe nicht eine Sekunde, denn Kassenbrock und das, was da geschah, und was da in Verbindung gebracht. Nie. Ich meine, Hitler hat mit Goethe nichts gemeinsam und mit Schiller und mit Thomas Mann. Und ich kann nicht einen Menschen und das Volk, in das er geboren wurde, als etwas Zusammengehöriges sehen. Aber hat sich das damals nicht aufgedrängt? Er trug doch eine Univorung. Ich kann es nicht ändern. Ich habe das nicht gedacht. Haben Sie mal mit ihm darüber gesprochen? Ja. Aber was hat er dazu gesagt dann? Was kann ein Mensch dazu sagen? Es war, ich denke manchmal, er hatte etwas von einer ritterlichen Loyalität. Und in so einem Fall konnte man nur mit der Waffe in der Hand ins Hauptquartier fahren. Oder eben es nicht tun. Er ist nicht mit der Waffe ins Hauptquartier fahren. Was ist das für eine Straße? Mit den beiden Museen. Ja, da ist ein Museum, wie gerade, nach vorne. Ach! Ach! Das ist ein gelbe Geburt. Verdammt. Verdammt. Hier habe ich zum ersten Mal ein Bild gesehen, ein Schneebild von Igor Grabar, und da war nicht ein Millimeter Weiß auf dem Bild, sondern es waren sämtliche Farben der Palette, das war ein Schneebild, das war der Anfang der Modernen, Sirius. Musik 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 Und also solche Frauengemüter wie meine Frau Hagen, die liebt Draskolnikov, der sie bestimmt auch umgebracht hätte. Oder weiteres, mit Vergnügen. Und als er geht zum Mord, er kann sein Bein nicht holen. Und dann fangen wir als Leser zu hecheln, weil nun er nicht morden kann. Um Gottes Willen, statt dass wir sagen, Gott sei Dank, das ist Schutzengel, was weiß ich. Wir häkeln. Wo nehmen wir die Axt her? Und die liegt auch schon da. Musik So kleine Stiche, verstehen Sie, so winzige mikroskopische Stiche. Es ist so fein, unglaublich. Der Text ist so fein, gestickt, gehäkelt, was weiß ich, gewogen. Musik Das ist so fein. Das ist so fein. Und dann, wo, 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 wo... Läs – это город, откуда, который, в котором. Что такое лес? Läs – это небо. Bлагодаря чему? Оттого, что не за неимением будто. Что такое лес? Лес – это лес. Лес – едва ли за наше время было сказано что-то лучшее. И мой сын, которому уже больше, чем 50 лет, он работал в десятом классе, в вашем классе. И стоял возле пилы электрической, и там что-то от кусок сломался, ударил пилу, зарядился и попал ему в голову. И он все еще лежит в больнице. Я вас прошу, кусок бумаги. И каждый из вас напишет свое имя. И я это привезу и покажу, это для него будет большая радость. Я желаю вам всем, чтобы у вас, в вашей жизни, время от времени встретилась такая щука, какая-то рыба, которая вам что-то скажет, что поймете только вы против всех законов природы и науки. И что у вас будет мужество поступить, соответственно, вашему внутреннему голосу, даже если бы вам пришлось выступить против общего и заурядного мнения. Вот. Я это вам хотела рассказать. Может быть, это будет последняя сказка, которую вы слышите в вашей жизни. Но я думаю, так как я сюда приехала, так я могу себе это позволить. А если у вас ко мне есть какие-нибудь вопросы, какого-то бы ни было порядка, я вам и с удовольствием отвечу. Я с удовольствием отвечу. Я с удовольствием отвечу. Я с удовольствием обиделся, Sie arbeitete im Büro und bei der Lebensmittelzuteilung. Dort sah sie, unter welch schrecklichen Bedingungen die sowjetischen Kriegsgefangenen im eigenen Land lebten. Nach der Niederlage der Wehrmacht in Stalingrad wendete sich im Winter 1943 der Kriegsverlauf. Nach zwei Jahren Besetzung zeichnete sich ab, dass die Deutschen Kiew bald würden räumen müssen. Svetlana und ihre Mutter wussten, dass sie unter Stalin keine Zukunft haben würden. Im Sommer fuhren sie ein letztes Mal auf ihre Dacia. Hier war ein Kullodz, und an ihnen kamen Aiste. Hier war eine kleine Furchtung, und hier war auch ein лес. Hier war ein Dubes. Wir hatten eine Kopenka, das war ein ausgestochenes Loch, das war zugewachsen mit Brombeeren und Orchideen. Und dann morgens und abends kamen Störche und haben daraus getrunken. Und die hatten sich an mich gewöhnt, die haben vielleicht geglaubt, ich sei ein besonders missratener Storch, weil ich so dünn war. Und die haben sich nicht mehr erschrocken, wenn ich kam. Und das war natürlich alles ganz wunderbar. Ich hatte eigentlich paradiesische Zustände. Kein Mensch hat von mir etwas gewollt. Und ich hatte meine Störche und meine Bücher und mein Grießbrei. Das war wunderbar, dass ich mit meinem Vater alleine dort war. Dann war das natürlich eine sehr, sehr harte Zeit. Und ich bin eigentlich, ich war eigentlich zu klein dafür. Aber es ist gegangen. Das ist das erste Mal, dass du das im Schnee siehst. Ja. Das ist das, was du hier bist. Wie ist die Grund? Guten Tag. Ich suche die Folgen von Voronien. Sie leben mit den Nebogatigen. Die Nebogatigen leben in der Mitte. Sie müssen weitergehen. Die Nebogatigen leben in der Mitte. Er war, glaube ich, vor der Revolution, in der Kadettischen Korps. Nein? Nein, es gibt noch neue Menschen. Sie leben hier oder in Klaudiö? Ja, in Klaudiö. Ja, in Klaudiö. Wir haben ein Haus in Voronien. Ich kann sogar ein Haus nicht finden. Aber in welchem Jahr Sie hierher kommen? Nach der Krieg haben wir noch nicht mehr. Jetzt bin ich aus Deutschland. Und ich wollte noch vor der Todesmacht hier und ich habe keine Klaudiöse. Und ich wollte es nicht. Und ich wollte nicht die Klaudiöse. Ja, ich wollte nicht die Klaudiöse. Ich wollte nicht die Klaudiöse. Nein? Nein. ARD Text im Auftrag von Funk Ja! Ja! Loppte die Tablet, ja? Ja! Soll ich dir das mal ein bisschen frei machen? Nein, lass es nicht. Es gab 27 Millionen, aber es gab weniger als 1.000. Das heißt, wir müssen diese Mögel schrauben. Gott lieb, 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 Ich bin schon. Ich bin schon. Geh mal so eine Pauk. Sollstock? Ja. Soll. Ja. Und du kannst es auf die Kladbe. Soll. Puh. Puh. Mutter und Tochter verließen Kiew im Herbst 1943, kurz bevor die Rote Armee die Stadt wieder einnahm. Wir sind in der von den Deutschen okkupierten Zone gewesen und waren auf diese Weise völlig deklassiert. Es war einfach eine Notwendigkeit, dass wir dann mitgingen. Svetlana wollte studieren. Wie einen Fixstern hatte sie das versprochene Stipendium vor Augen und rechnete fest damit, dass dieser Traum in Deutschland in Erfüllung gehen würde. In Dortmund wurden die beiden Frauen in ein Ostarbeiterlager interniert. Wegen ihrer Deutschkenntnisse fiel Svetlana auf und wurde mehrmals von der Gestapo verhört. Nächste Station. Hauptbahnhof. Übergang zum Regional- und Fernverkehr. Eine Sekretärin der Dortmunder Union Brückenbau alarmierte Kersenbrock und von zur Mühlen. Die beiden Frauen wurden daraufhin nach Berlin in das Ministerium für die besetzten Ostgebiete beordert. In Berlin erwartete sie der Ministerialbeamte Konstantin Graf Stamati. Er begleitete Svetlana zu einer Begabtenprüfung und in das Hauptquartier der Gestapo. Dort wurde sie vermessen und ihre Abstammung wurde auf arische Wurzeln untersucht. Ohne Erfolg. Ich wusste nicht, was das für ein Haus war. Und unser Tisch stand an einer weiß gekachelten Wand. Und ich fand es irgendwie merkwürdig, diese Wand. Und diese Wand war mir unheimlich und es war der Keller. Und wahrscheinlich hat es seine Gründe gehabt, warum dann die Wände alle gekachelt waren. Dann fingen die beiden Herren an, mich auch zu fragen nach meinen Eltern. Und ich fand es sehr freundlich. Und ich erzählte von meiner Mutter und von meinem Vater. Die wollten mir das Volksdeutschentum andichten. Die wollten mir helfen. Aber ich habe das nicht verstanden. Stamati erwirkte für Svetlana und ihre Mutter fremden Pässe. Eine Seltenheit im Dritten Reich. Außerdem bekam sie das versprochene Humboldt-Stipendium und den Rat, in Freiburg zu studieren. Die Tatsache, dass wir diese Pässe bekommen haben, das war Anlass für ein großes Verfahren. Ihre wohlwollende Behandlung löste eine Kettenreaktion aus. Das Ministerium für die besetzten Ostgebiete wurde einer politischen Säuberung unterzogen und direkt der NSDAP unterstellt. Stamati, der der Widerstandsgruppe um Admiral Canaris nahe stand, wurde nachts abgeholt und an die Ostfront geschickt. Er hat sich der Sache wegen für mich eingesetzt. Da hat er mich vorher nicht gekannt. Es war überhaupt gar keine Veranlassung, sich für mich in den Vordergrund zu stellen. Ich bin eine Angehörige des kriegsführenden Volkes und Deutschland war dabei, diesen Krieg zu verlieren. Und zwar endgültig und auf lange Zeit. Und dann eine solche Geschichte. Das zwingt mir einen ungeheuren Respekt vor dem Land ab. Und ich bin sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, meine ungeheuren Schulden vor Deutschland einigermaßen zu bezahlen. Im Frühjahr 1944 kam Svetlana mit ihrer Mutter nach Freiburg. Sie studierte, heiratete und wurde Mutter. Sie arbeitete an der Universität als Lektorin und begann ihre Laufbahn als Übersetzerin russischer Literatur. Anfang der 90er Jahre besuchte sie der Verleger Egon Ammann, um ihr eine Neuübersetzung von Dostoyevskis großen Romanen vorzuschlagen. Ich glaube, dass jede geistige Erfahrung etwas dazu beiträgt, dass man sich besser behandelt und nicht unbedingt totschlägt. Ganz elementar. Und ich glaube, dass die Sprache ein sehr wirksames Mittel ist. Der erste Elefant, der zweite, der dritte, der vierte, der vierte. Und die Zugabe. Das ist so ungeheuer schwer. Es zu lesen ist schon eine physische Anstrengung. Also eigentlich müssten das drei Bänder sein, um bequem zu sein. Ich glaube nicht. Verbrechen und Strafe, der Idiot, die bösen Geister, der grüne Junge und die Brüder Karamasu. Das ist so ungeheuer. Ich habe unglaublich viel gelernt und ich habe viel gelernt, nicht nur für die Profession, sondern ich habe für mein Leben auch sehr viel gelernt. Das ist ungeheuerlich. Warum übersetzen die Menschen? Das ist die Sehnsucht nach etwas, was sich immer wieder entzieht. Nach dem unerreichten Original. Nach dem Letzten und dem Eigentlichen. So diese Worte, ich finde das unglaublich. Die Sehnsucht. Ein fabelhaftes Wort. Eine Woche nach unserer Reise in ihre alte Heimat, teilt mir Svetlana Geyer den Tod ihres Sohnes Johannes mit. Er starb nach anderthalb Jahren an den Folgen seines Unfalls. Ja. Nachdem das. Glockenzeuge-Glocken. Ach, ich finde das jetzt schon wieder. Da. Ach, du hast du eine kleine Belegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegen. Ja. Der Stich. Das hat noch gar keine Wirklichkeit für mich. Ich kann nicht drüber sprechen, aber ich... Irgendwie weiß ich das nicht. Er sah sehr schön aus und er sah vollkommen lebendig und entspannt aus. Und dann kamen diese beiden Oberpfleger, die hatten sich mit den Bestattern abgesprochen und sind gekommen, um ihn in den Sarg zu legen. Und das war wie ein Kind in die Wiege. Das war ganz wunderbar. Die haben uns bestimmt viel Aufregung erspart. Und dann lag er da, da musste der Deckel drauf. Und das Gesicht war so schön. Und dann ist er noch da geblieben. Und am nächsten Morgen musste man den Deckel zuschrauben. Ich musste das machen. Das fand ich sehr gut. Und dass man einen Menschen nie mehr sieht. Ich sehe, ich würde ihn nie mehr sehen. Ich glaube, es ist auch ganz schön. Gut, wenn die mal verbraucht werden, denn die sind wirklich nicht so. Ja, man kann von denen auch nichts mehr verlangen. Ja, ja, die Jahreszeit, das stimmt. Die Zwiebel hat keinen Mittelpunkt. Man kann in der Zwiebel, wenn man sie durchschneidet, keinen Kernpunkt finden. Die Zwiebel hat ein Ziel. Das Ziel der Zwiebel ist die neue Zwiebel. Im Grunde genommen fängt da die Idee an. In Daseewski-Romanen gibt es immer eine Kadenz. Eine Geschichte in der Geschichte, die nicht unmittelbar mit der Handlung zu tun hat. Die aber wie ein Ziel in der Zwiebel dieser imaginäre Punkt des Ganzen ist. Und da ist auch der Vergleich zum Menschen. Weil das Dasein nicht das Ziel des Menschen sein kann. Das ist nur dadurch gerechtfertigt, dass es ein Weg ist zu etwas, was weitergeht. Das ist mit dem Zwiebel, der Zwiebel der Zwiebel hier geht. Die Zwiebel schnauw in der Zwiebel. Die Zwiebel und der Zwiebel angeht. In einem Eisenbahnabteil, wo wir einander gegenüber saßen, nicht uns, wo wir einander gegenüber saßen. Der General gab sich außerordentlich. Ist das das richtige Wort, unabhängig? Ich würde sagen, souverän. Bitte? Souverän. Als ich gegen Mittag mit den Kindern zurückkam, kam, kam ist natürlich klanglich nicht so schön. Als ich gegen Mittag mit den Kindern zurückkehrte... Begegnete er uns eigentlich? Eigentlich ja. Stimmt. Begegnete er uns eine ganze Kavalkade. Punkt. Und wer sitzt denn in den Kutschen? Die Damen. Ja, da würde man hier eigentlich erwarten, entweder ein Semikolon oder einen Gedankenstrich. Ja, ich kann es nur machen, was da steht. Zum Verständnis wäre es besser, wenn man hinter Kutschen ein Komma machen würde. Denn die Pferde gehören ja offenbar nicht zu den Kutschen. Denn auf den Pferden wird gerettet. Na gut. Ich kann es machen, aber was hat man davon? Dass Kutschen und Pferde getrennt werden. Natürlich werden die Kutschen von Pferden gezogen. Aber es wird ja am Anfang gesagt, dass ausgeretten worden ist. Das ist natürlich nicht auf den Kutschpferden. Aber bei den Kutschen werden die eingespannten Pferde mitgerechnet. Und die herrlichen Pferde, das sind die herrlichen Reittiere. Das bedeutet, dass es nicht die Kutschpferde sind. Mademoiselle Blanche in einer Kutsche mit Maria Philippe Ovenard und Paulina. Der Franzose. Ist das nicht der kleine Franzose? Nein, ich habe mich jetzt schlossen einfach Franzose zu sagen. Der Franzose, der Engländer und unser General hoch zu Rossen. Also es sind drei Pferde. Ja. Insgesamt sind das wahrscheinlich fünf. Richtig. Die herrlichen Pferde. Und hinter Kutschen würde ich ein Komma machen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020